Und jetzt sind wir schon noch ein bisschen weiter weg, da ist nicht alles drauf. Mensch, mach, mach, ich weiß schon, ich kenne die Dinger mittlerweile. So, Gruppenkarte, Gruppenkarte Nahverkehr, nach Stuttgart. Flughafen, weiter, mit Rückfahrt, weiter, zwei Erwachsene, null Kinder, null Kinder geht nicht. Da muss man so wenigstens vier Kinder mitnehmen. Vier Kinder. Vier Kinder, was man ja nicht habe. Bitte geben Sie die Anzahl der Erwachsenen ein. Jetzt sind die aber. Vier Erwachsenen. Vier Kinder. Ändern. Null Kinder. Null Kinder. Bitte geben Sie die Anzahl der Erwachsenen ein. Sechs Erwachsene. Kein Kind, nee. Zwei Erwachsene, jawohl. Und kein Kind. Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder ein. Vier. Vier Kinder. Vier Erwachsene. Ändern. Zwei Erwachsene. Acht Kinder. Acht Kinder. Acht Kinder mitnehmen. Ändern. Null Kinder. Sechs Erwachsene. Nee. Sechs Erwachsene, kein Kind, nee. Ich will zwei Erwachsene. Jetzt vier Kinder. Nee. Okay. Wir kapitulieren. eller临う oder mitnehmen. Und dann